herzlich willkommen du herr der ringe fan ja ich dachte ich tue gleich in dieser folge mal die ganze map öffnen einfach nur glaube ich angenehmer für uns zu spielen wenn wir doch dann schneller von a nach b reisen können ist uns alle nachher rennen wir laufen mal dahinter heißt ja eigentlich ziemlich schnell alles freigeschalten also ich bin wir haben es auch allgemein gar nicht so eilig nur so schnell wie es geht alles an eigenschaften bei zuschalten warum eigentlich auch nicht das heißt wir können erstmal diese macht kampf scheiße die macht halt nicht so spaß bin ich da mit diesen orks weil die immer wieder kommen ich hätte viel cooler gefunden wenn man so alle weg gewesen wären aber ja ich bin nicht der spiele entwickler ich habe das nicht zu entscheiden ich darf es nicht entscheiden hier ist es ja was das betrifft egal ich sag nur sehr schön gewesen aber gut dann gehen wir hoch war 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 da hätte meine zitadelle des lichts ging was das hier das haben wir zum beispiel bei der ersten map gar nicht gemacht das sind wir haben wir alles so haben wir ja alles so gemacht so 600 fuß einfach weg das sieht dann auch cool aus das hat auch nicht schlecht hier oben jetzt können wir hier hoch aber den turm geheimnisse die nur meine augen sehen oder kommen dann nee wir gehen hier erst mal hin wir können jetzt an schnell reise machen ja und ganz ehrlich noch mal 1000 fuß gerannt dann schnell reisen noch mal zack darunter und dann war's das ist ja dann angenehmer dass wir wenn wir die dann haben so noch 600 fuß wir können nämlich ganz schnell hin und herren so hier hoch kann man das hier auch da mit dem turm hey da mein fünf minuten ganze map freigeschalten ich meine es ist auch mal angenehm ich meine ich sehe den sternen mond dass sie tilden siehe die steine aus halb vergessen oder haben wir alles so nach und nach machen 700 fuß und dann haben wir die ganze map freigeschalten so wollte ich das jetzt sind wir halt wie gesagt viel 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 flexibler so noch 200 fuß noch 150 das wird was sehr gut jetzt haben wir in sechs minuten die ganze komplette map hier frei geschaltet wie finger aus silberglanz erstrecken sich die türme in saurons land und vertreiben die dunkelheit ist da was dann können wir hier direkt mal ein bisschen was holen und also holen und hier können wir uns was holen wir haben 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 Nixen down. Irgendwie hatte ich Bock drauf, das jetzt einfach so zu machen. Geil, jetzt haben wir den nächsten. Jetzt denke ich da viel zu kompliziert, wo dieses... Hand drauf. Gehen wir hier hinter. Reichtum wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Ah, das ist hier unten, oder? Und da... Nein! Fuck it! Fuck it! Hä? Ist der Scheiß direkt auf der Brücke? Oh, ist das euer Ernst? Ernsthaft, auf der Brücke? Hä? Okay, das scheint ja hier irgendwo... Wo ist das andere? Ach, ist das dann oben auf dieser Brücke? Was ist das denn? Hier, ne? Ja, da wieder drin. Sehr gut. Oh, da. Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei. Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erleben. Und auf die Rückseite, unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei! Haha, ist hier nicht großartig. Diese Details. Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davon renne? Künstlerische Freiheit, Bruder Torwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Ah, da. Renn da weg. Dann gehen wir jetzt hier hin. Oder wir machen hier diese Bogenaufgabe. Ja, komm doch mal schnell hier diese Bogenaufgabe und das geht noch nicht. Dieser Torwin scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Und dann haben wir es ja erst mal, ne? Da können wir ja... Ja, erst mal. Du merkst wie vielen Kriegern die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Nicht, dass So, hier kommen noch ein paar, ne? Yes, bam! Ja, das ist halt zu einfach, ne? Das ist gerade einfach viel zu einfach. Äh, ja, hier müssen wir auch noch hoch, dann, ne? Dann gehen wir hier hin. Ja, komm, dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir einfach mal da lang. Holen wir uns da schnell alles. Was heißt alles? So ein paar Sachen jetzt. Oh, da. Herr Flucht, Sie haben das ganze Überfallkommando. Und die Flagge! Seht ihr die Netze? Es sind Spinnen. Widerliche Kreaturen. Die kommen wahrscheinlich aus dem Tal weiter unten im Süden. Wer sollten sie ausscheuchern? Du solltest eine große Klappe halten. Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Ich frage mich, ob die für Kanker arbeiten. Sauron hat sie früher immer gefüttert. Aber ich wette, sie weiß nicht mehr, wessen Haustier sie ist. Ist vielleicht an der Zeit, sie daran zu erinnern. Oh. Müssen wir doch gegen Spinnen kämpfen? Ich meine, so gefühlt jedes Herr-der-Ringe-Spiel bisher, was wir gespielt haben, hatte Spinnen, ne? Es ist halt einfach echt so, ne? Boah, wollen wir uns den noch? Ja, komm. Oh, wir haben bestimmt, wir haben das ganze Leben voll, ne? Das ist auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal an den Turm ran. Ja, ey, es ist halt brutal schnell, ne? Es ist halt einfach brutal schnell hier. Du bist halt wirklich von A nach B gelaufen, ne? So, noch elf Stück brauchen wir. Ja, da haben wir noch eins, ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück? Ach, elf. Elf. Den habe ich, glaube ich, vergessen. Machen wir die noch schnell? Lädt halt so ein, ne? So, jetzt ist halt die Frage. Gehen wir, gehen wir noch hier? Oder, ne, komm, wir machen jetzt noch ganz schnell hier die. Sammeln noch die Dinge ein, das dauert noch zwei, drei Minuten. Da haben wir jetzt mal so eine Sammelsammler-Folge. Wo wir wirklich mal die Map frei gemacht haben, ein bisschen gesammelt haben. Was, was willst du sonst jetzt noch mit der angebrochenen Folge machen? Dann nutzen wir lieber die Zeit für sowas. Gut, noch zehn Stück. Dann, ja, komm, machen wir. Ne, dann machen wir so den Schwung. Weg da, aus dem Weg. Bitte. Ah, da. Ich spreche mit Dämon von Sauron, dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser. Und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an den Morgai-Fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in Nang-Ungoi aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustür gemästet und dir erlaubt, ungestört einer Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. So, dann holen wir uns noch schnell. Alle Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Das stimmt. Wir werden das Tödlichste sein von allen Lebewesen hier. Nein. Gut. Noch neun Stück. Perfekt. Jetzt haben wir hier alle. Ja, das ist halt fünf Minuten, ne? Fünf Minuten, dann hast du halt alle, ne? Ja, komm. Irgendwie, ich bin gerade so im Flow drin. Komm, ich mach ein bisschen länger. Ey, gerade so Fugis. So schnell noch hier alles fertig zu machen. Die Aufgaben jetzt nicht unbedingt. Die brauchen wir jetzt nicht. Aber wenigstens schnell so die ganzen geheime Sachen. Die können wir wenigstens schon mal weg machen. Ich meine ganz ehrlich, wie gesagt, bis in 20 Sekunden hingerannt, ne? Es geht voll klar, ne? Hier können bestimmt irgendwann nochmal Ghoul in der Hauptquest oder so. Es sah so Ghoul-mäßig aus, ne? Oh, es sind sogar zwei Sachen, ne? Ich meine, das wäre jetzt doof, ne? Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Ui. Ist das nicht hübsch, Liebling? Die Zwerge haben das gemacht. Du bist betrunken. Du stinkst wie ein Esel, der sich am Schnaps vergangen hat. Es ist ein schönes Geschenk zum Jahrestag. Sieh dir nur diese Handwerkskunst an. Unser Jahrestag war letzte Woche. Ich hab's aus dem Meer gerettet. Du meinst, du hast es in der Taverne gewonnen. Mein lieber Gattel, jetzt komm schon rein. Direkt mal Schelle, Mann. Oh. Die Flüsse dieses Meeres reichen weit bis zum Äffel-Duart. Wenn den Stammesbrüdern die Flucht gelingt, könnten sie in den Norden nach Minas-Ithil wandern. Der Turm des Mondes. Okay, wir machen uns das schnell und dann ist es so das perfekte, der perfekte Abschluss für diese Folge. Die sind halt immer so hart alle abgelenkt. Nein? Nein? Es tut mir leid. Seine Wunde war zu tief. Ich hatte gedacht. Du bist bei ihm geblieben. Das war genug. Hier. Er hätte sicher gewollt, dass ihr es bekommt. Es ist zerbrochen, aber... Nein, Mensch. Behalte es. Diese Bäume sind uralte Geschöpfe. Wenn die Kälte hereinbricht, verkümmern sie und sterben. Doch sie kehren immer zurück. Wir sehen die Stärke ihrer Wurzeln und die Hoffnung, wenn sie sich dem Licht entgegenstrecken. Behalte dieses Andenken an den Elb, den du einst retten wolltest. Gedenke der Verbundenheit unserer Völker. Wir sind nicht das erste Bündnis aus Menschen und Elben, das sich Sauron in Mordor stellt. Nein. Aber wir werden das letzte sein. Mein Volk wird kleiner. Im Sieg wie in der Niederlage. Er musste halt einfach, ne? Er wurde nicht mehr verletzt. es ist halt das andere teil ja wir hören es uns jetzt an wir haben es ja ich muss leider sagen das ist wo wir haben bei uns es wird wehtun ich habe getan dass ich konnte wir haben nach einem eurer leute geschickt aber ich weiß nicht warum erzählt ihr mir in der zwischenzeit nichts über das da das medaillon das in den hinten haltet ihr wollt mich doch nur ablenken aber gut das sind die zwei bäume von valinor ein symbol für den endlosen zyklus von leben tod und wiedergeburt kommt etwas näher und ich erzähle euch ihre geschichte wir müssen ich fürchte wir müssen uns alle von den schrecklichen es wird keine auszeichnung für uns geben kelle bremboa keine ehre keinen ruhm sollen die die nach uns kommen okay wir müssen die hoffnung so lange am leben erhalten dass sie die gelegenheit dazu haben krasser shit man okay dann haben wir den auch jetzt haben wir hier unten schon fast alles außer die bogenaufgabe aber ja das ist jetzt nicht schlimm hier oben haben wir noch einen haufen hier haben wir noch einen haufen und hier aber ich würde sagen wir machen in der nächsten folge mal hier oben weiter und machen die hauptquests mal hier würde ich aber sagen sehen wir uns wie gesagt in der nächsten folge bis dann macht's gut